Guten Abend, ich bin Olli Rosenberger und ich bin heute Abend zu Gast hier in Off das Home bei der Rhein-Neckar-Delta-Rockshow zusammen mit meinem Freund Ralf, der der eigentliche Sänger ist. Ich singe ein bisschen mit und hoffe, dass wir das ganze Ding heute Abend zum Gruven kriegen hier in der Kurpfalz-Halle in Off das Heim. Hallo, ich bin mir ganz sicher, dass wir das zum Gruven kriegen, weil wir haben Olli dabei und wir freuen uns ganz arg darüber und wir freuen uns natürlich auf den kommenden Abend und gucken mal, was da passiert. Ich singe ein bisschen mit. 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 Und meine Mama hat gesagt, Come on! Die Mama hat sich immer noch nicht zu lassen. Sie sagt, Always on the run, Come on! Always on the run, Always on the run, Come on! Always on the run, Always on the run, Always on the run, Come on! Can we get funky? Oh! 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 Ja, 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 ja. Ja! Ja!